Und da kommt der! So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere, wir sind hier in einem sehr krassen Match mit John Spinner, kurz vor unserem Pay-Per-View aufeinandertreffen. Hier bei Raw, äh, Entschuldigung, SmackDown, ne Art Generalprobe. Ich probier grad mal ne, ey, geht er durch! Hä, ich hab doch... Ach nee, fuck. Ich hab die falsche Taste, glaube ich, gedrückt. Ah, ist egal, ist egal, gucken wir mal. Und ob das schon reicht für das Matchende, das wär ja schon mal das ist so schlecht. Erzählen? Hab ich zwei, und da kick da noch aus, oder? Natürlich kick da aus! Natürlich kick da aus. Ohh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, was machen wir jetzt hier? Cena mit dem Comeback. Was würde ich sagen? �니다 Cena?! du machst den comeback nicht oder so ähnlich der deutsche der ist wieder da der deutsche der ist da klipping fehler klipping fehler wieder gefixt nein einfach mal ein bisschen ausgewichen ist nur lobig mit dem der war kennen wir fahren wir ja So, schneidet ein tolles Video daraus, aus dem Sound, den ich heute mache. Oh, Sina. Roses are red, violets are blue. You hit your finisher and I kick out at two. Was ein tolles Gedicht von Dead or Wonder, von Dustin. Jetzt muss erstmal ein Pin rauskommen. Träger hin, natürlich kommt er da raus. No probleme, wir sind echt noch gut dabei. Die Elben Torse, wie sieht's denn bei Sina aus übrigens? Wie sieht's denn aus? Hm? Hm? Äh, fuck. Scheiße. Das geht doch nie gekonntet. Oh. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Freunde. Oh. We're free. Kurz rücken gebrochen. Kein Problem. Steht wieder eins. Hier ist mal aber kein AA. Komm. Die haben wir schon mal. Kommt wir beim nächsten Mal. Schauen wir auch noch ein zweites Mal. Oder was sag ich euch, Freunde? Was sag ich euch? Hup! 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 144, Hup! Hup! Wum! Hup! Hup! Du! D! Okay, brauchen wir nicht überrecken. Ananas, Ananas. Franz, mach die Ananas. Was ein Magic. Wut? Wut? Seht ihr das da unten? Wir können jetzt Tag-Team werden mit Cena. Guckt euch diese Kacke mal an. Weil er hat uns unseren Respekt geirrt oder wie oder was. Ihr erinnert euch an den Endshake am Ende? Am Anfang des Matches? Naja, so ist das halt mit Face gegen Face-Fäden. Komische Welt. Ich bin mir die Welt, wie sie sich gefällt. Hey, der vonzo! Jeff, total lieb, total hau, total hau, so saa! Hey, der vonzo! Der pinst ich die Welt, wie sie sich gefällt. oder so wie, ach, keine Ahnung. Ja. So, jetzt kommt Hell in the Cell. Also, ich bin ja schon richtig hyped, auch das Hype-Video, was gleich kommen wird. Können uns ja die Kick-Out-Kings denn an. Title Match. Freunde. Ich warne euch schon mal vor. Schreibt schon mal... Pass auf, wartet. Ich lasse euch gleich genug Zeit, ja? Bevor das Match wirklich losgeht. Scrollt schon mal runter, lasst das Video noch laufen und schreibt schon mal folgenden Kommentar ins Kommentarfeld, ja? Ich zitiere. Franz, Du bist ein feiges Schwein. Ausrufezeichen. Du kannst nicht ordentlich spielen. Du kannst nicht ordentlich spielen. D-Abo. Abo falsch geschrieben mit 3b, bitte. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Bixer. Noch nicht absenden? Erst wenn ich das Match wieder verloren habe und neu starte. Okay? Noch nicht absenden? Gechill. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Sag doch mal. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Okay. Title Match gegen Cena. Ich bin gespannt. Ach, nein, Mensch. Franz, du bist ein feiges Schwein. Du kannst nicht richtig spielen. D-Abo. Wichser. Der Hannes hat es nochmal aufgeschrieben. Vielen Dank. Ach, schön. Noch nicht absenden. Ich meine, ihr könnt es trotzdem einfach absenden. Ist mir auch egal, aber... Ach, schön. Herr Hell, bekommen wir keine tolle Sequenz, wo uns gezeigt wird, was für Höhen und Tiefen wir in dieser Fede erlebt haben. Ja, komm. Und welches Video? Ach so, für Leute, ich weiß nicht, kommt noch. Hm, komm. Endschlusses habe ich angemacht, oder? Ich glaube schon. Ja, gut. Hell in the Cell Match! Nice! The following contest is a Hell in the Cell Match! And it is for the WWE World Heavyweight Championship! Deil! Ich fühle mich schön feige, außerhalb des Rings. Alles machen. Was soll ich bereichen? Was soll ich bereichen? Was soll ich bereichen? Das ist aber um den WWE-Title, nicht um den US-Title. Wett sich cool. Guck mal, da steht Seth Rollins drauf! Darauf hat mich schon mal einer erwiesen. No. Rollins. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Mmh. Brickell! Werden wir mal angefühlt, nicht bitte? Danke. Haben Sie gehört eine? Wow! Diesen Moment habt ihr alle gewartet. So, what you're in the making. Vor einem Jahr noch ging's um nix. Und jetzt das gleiche aufeinandertreffen bei Hell in the Cell um die WWE World Heavyweight Championship. Okay, here we go! Ich geh raus. Wir müssen natürlich wieder auf... Wir müssen den Topf vom letzten Match... ...nach toppen, ne? Wir müssen den letzten Match natürlich toppen. Aber was soll ich denn nach toppen? Hab ich doch alles zerbrochen, was ging. Das war nicht alles. Ihr wollt natürlich auch, dass ich... ...den Käfig... Das war übrigens in Episode 100. Willst du euch mal rein, wenn jetzt schon her ist. Weil so viele Freunde jetzt schon her ist. Naja, mal sehen. Das wird sehr, sehr interessant, was wir so in diesem Match also zeigen konnten. Aber viel mehr kann man ja gerne in Hell in the Cell matches machen. Kann man denn eigentlich in Hell in the Cell matches auch anbegehen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist per Default ausgeschaltet. Kann das sein? Eigentlich ist er. Ich glaube nicht. Du 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 du... ... du 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 du... du 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 du... Ach schön. Jetzt diese capte aber auch auf eine Five Star Match, oder? Wannen mich nicht beeinflussten? Irgendwie sowas in den icebergen? nach dritten speak. verliere mal ist hier ein doppelcham also ich werde garantiert nicht doppelcham das stimmt das ist eine gute frage was passiert wenn ich habe vorher kein backup gemacht das ist halt die kacke so ne können jetzt noch das müsste man echt mal ausprobieren ganz ehrlich freunde oder ich müsste einfach mal offline eine fehde machen dann speicherpunkt setzen und gucken ob es ihnen ein doppelcham ist das wäre einfach unfair dass die kai doppelcham werden kann und wir nicht wenn wir nämlich den us-titel haben wollen dann müssen wir es in die us-titelrangliste verlieren dadurch dass wir wechseln unseren worldtitel und das ist voll scheiße und so funktioniert und er sind wieder ein automatisch us-champion das könnte ich mir auch vorstellen bei 2k16 logik schön wenn da irgendwo zu dir habe ich gesagt so geht nicht durch so ich glaube damit lässt der champ weil zina ist nicht in der rangliste ne da glaube ich nur nicht da glaube ich nur nicht da glaube ich nur nicht pa-da jetzt haben wir die paubern warum machst du nicht jeden titel einmal ist echt kürzer na warte mal wenn wir sowieso demnächst alles kippen was langweilig ist roman naja weiß ich ich müsste jetzt noch mal titelrangliste wechseln und was nicht alles ich glaube wir kommen immer aufs gleiche raus ich müsste halt noch einen ic titel haben in den us-titel los ich muss mich selbst wieder gesorgen oder dass schon wiederEsenfl nischer oder was du könnt mich einmal am ein arsch letzten ganz ehrlich esBY ich hab genug leider nicht von dir langsam echt genug von dir überspräsen倍 und verlieren Damit das klar ist. Macht euch bereit für die Endertasse? Okay, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Oh Gott. Okay. Ich kann gar nicht mehr concentrieren. Was geht denn ab hier? Das müsste hier doch machbar sein. Ich brauche noch einen Finisher. Komm wieder rennen hier. Woher geht sie hin? Nein. Wie unfettert ist, wie unfettert ist, wenn der Gegner einen Baseballschläger hat. Der Kammern kommt dann, bringt einem aber selbst nichts. Das ist voll scheiße. So. Powerbomb. Nirgendwo hin. Geil. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Ich komme jetzt mal ab hier. Ich bin noch von der Scheiße. Pfff. Das ist ein feiges Mann. Zack. Dortmund. Sina hat jetzt fast schon den nächsten Finisher. Das wäre eigentlich gar nicht möglich. He, Freunde? Das ist ja eigentlich... ein bisschen unfetter, wie wir immer behaupten. Wenn wir uns mal angucken, wie er... das hat. Und wir sind schon orange. Ja. Anderdog story. Jeder mag die Anderdog story. So. Ich zeige es nicht schon. Wieder geht es durch. Nicht durchweilig. So. Fakten. Guck mal. Wir haben jetzt schon dreieinhalb Sterne. Wieso? Wir haben jetzt schon dreieinhalb Sterne. Wir haben jetzt schon noch toppen. Dreieinhalb Sterne? Besser geht es ja fast gar nicht. Dreieinhalb Sterne ist ausreichend. Ausreichend ist gut. Es ist fast nur eins. Was? Nein! Warte! Oh nein! Nein! Haben wir überhaupt den Cellbreaker? Da ist der Finisher. Das könnte jetzt übergehen. Und ich meine, alles übergehen. Haben wir die überhaupt dabei? Doch, haben wir. Klar. Aber ich hatte wahrscheinlich nicht gewusst, der mir da. Natürlich. den ich da aber nicht habe. Scheiße. Den hattest du letztlich ja bei Hellness Hell gekauft. Ja, das ist richtig. Ich hätte das eigentlich, wenn ich den äh, nicht mehr equipped hatte. Meint den hier? Meint den hier überhaupt? Wir kriegen nicht noch einen, Freunde. Wir holen uns noch einen Finisher. Ich komme wieder der... Vielleicht macht er eine A8 draußen und den Conater. Ja. Mann. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich wollte dich hinlegen. und mein Timer da unten. Und du bist doch... Och, Süda. Och, Süda. Och, Süda. Och, Süda. Och, Süda. Och, Süda. Ich habe gesagt. Du rückst dich einfach mal hin. Und zwar nach der Superlight City. Bitch. Och, Süda. Och, Süda. Och, Süda. Ich freue mich riesig drauf. Das wird ein Spaß für die ganze Familie. Witz sind vielleicht... Och, Süda. Ey. Och, Süda. Och, Süda. Kein... Ich freue mich noch im Trouble. Och, ne. 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 Today. Jetzt haben wir ihn auch schon auf Orange. Der Mensch wird viel zu spannend, ey. Ich will nicht mehr, Freunde. Ich will nicht mehr. Wartet auf die Enter-Taste. Genau. Aber es zieht ja auch nicht mehr so oft. Es wird taunen, 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 taunen. Mist. Ich brauche einen kurzen Taunt. Der kurzer Taunt. Hä, wann habe ich den denn eingestellt? Habe ich überhaupt gespeichert? So, probiert nochmal. Wir probiert nochmal. Mal mit dem Sincher-Roof. Ich hoffe, der geht durch. Na endlich. So, wir gehen raus. Und wenn alles klappt, haben wir gleich den Käfig zumindest zerbrochen. Im Ziel, was ich vor 10 Minuten schon hätte erreichen wollen. Wärst du so nett, Tina? Und kommst du mit raus? Hast du vielleicht Bock? Hast du vielleicht Bock? Und umgegen. Und der geht vielleicht durch. Das ganze gucken wir uns dann an. Und zwar war der heute Sonntag für euch. Morgen um 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Da rufe cool. Da rufe cool. Was passiert noch alles in diesem Hellendes Hellmatch Cliffhanger? Wie damals fast an der Architektenstelle. Haut rein. Ciao. Da rufe cool. Und wartet auf die Enter-Taste. Bleibt einfach 24 Stunden am PC und kopiert den Text. Und ich weiß, was ich meine. Äh, tschüss. Und jetzt kannst du. Vielen Dank.